recht herzlich willkommen zur 54 folge von towns. ja, letztes mal haben wir hier die Brücke, äh die Brücke, die Treppe gemacht. Darum ist es nur eine Stufe hin, dann ist es auch schon fast fertig. Hier sind noch ein paar Löcher, die sind aber alle blau, das heißt es kann alles zugebaut werden. Da soll die Treppe hin, bin gespannt wer wann was macht. Hier waren zwei runtergefallen und da ist auch einer wahrscheinlich runtergefallen. Da müssen wir mal nachbessern. Machen wir mal gerade. Sollte funktionieren. Ah, die Treppe ist auch gekommen, passt also. Das heißt, jetzt müsste man hier hochgehen können. Da ist auch jemand und macht das auch schon gerade zum vorzeigen. So, jetzt müssen wir mal gucken. 2, 4, 6, 18, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41 Personen. Wir haben 33. Alles klar, wir haben also noch Platz. 41, 41, da wird auch noch einer wahrscheinlich gleich hinkommen. Ja, ich mach mal hier die nächste Reihe hin. Die zwei Löcher werden gerade auch noch gestopft. Ist das jetzt geklappt oder nicht? Hat wohl. Passt auf jeden Fall schon. Gut, dann wird weitergebaut. Das ist alles prima. Äpfel, Bier nochmal hier dran. Sieht sonst so mit Essen aus. Brot ist Mangelware. Ne, eins ist gerade gekommen. 43 Äpfel, 46 Bier. Das ist schon mal was. Happiness, 65 von 66. Das heißt, wir sind schon wieder kurz davor, neue Mitbewohner zu bekommen. Ja, hier wird schön gebaut. Wenn er den hinsetzen will, ne, dann geht's natürlich nicht genauso wenig wie der. Ja, da ist er schon runtergefallen. Ist wieder gut geklappt, ne? Ja, da machen wir gleich kaputt, sonst hat's halt sowieso keinen Sinn. Gut. Die werden alle schön angebaut. Den müsst ihr auch halten, wenn der kommt. Da klappt's auf jeden Fall. Also ein Dach drauf. Ich brauche die Happiness gerade. Oh, vielleicht kommen wieder welche. Gut. Zwei dazu. Wunderbar. Wie sieht's mit Ausrüstung aus? Ist ein bisschen knapp, sehe ich schon. Ich klicke sie alle einmal an, die hier hinten sind. Ja. Ist ein bisschen knapp. Rüstung. Da müssten wir auch mal was machen, oder wie ist das? Müssen hier auch ausgeworfen werden. Oh, wir haben eine Pause. Ein Angriff. Okay, nichts Schlimmes. Kann weiterlaufen lassen. Und hier schaut's aus. Das wächst hier und gedeiht. Ich mach das nochmal grün. Sollte dann klappen. Aber ich werde diese Reihe auch schon im Auftrag geben. Und dann können wir die anderen beiden nachher in einem Rutsch machen. So. Kommt der da noch weg? Ja. So, damit ist das auch gleich erledigt. 50 schon wieder. 70 brauchen wir. Klappt also. Gut. Der spielt keine Rolle. Die drei müssen auf jeden Fall zu. Ja, machen sie ganz gut, ne? So, da fehlen noch zwei Steine. Und dann können wir das Ganze dicht machen. Sobald der Nächste unterwegs ist, ist nämlich dann der Letzte. Können wir die ganze Reihe machen. So. Der müsste jetzt hier reingebaut werden und dann nur noch zwei rein. Gut. Haben wir schon mal so weit. Wie sieht's hier drüben aus mit unseren Helden? Haben wir vier Zimmer. Können wir ein fünftes machen. Heldenzimmer, Taverno. Einer. Immer mal Shift-Taste gedrückt, ne? Und zwei. Nummer sechs. Mobile da da rein. Kommt da hin? Ne. Oder? Doch da. Ich sehe es jetzt nicht, ob das gesetzt worden ist. Irgendwie ist kein blauer Rahmen da, ne? Ich drücke da aber drauf. Hm. Komisch. Lass uns erstmal so. Wir werden. Und dann brauchen wir Steine, um das zu bauen weiter. Äh, da. Und dort. Hm. Dann kommt da keiner hoch. Oder wie ist das? Oder runter. Da müssen wir aufpassen. Ich glaube, da müssen wir hier einen hinsetzen. Mit die Ohren runter können. Und wir haben schon wieder zwei dazu bekommen. Krass. Gut. Ohren runter. Dürfte keiner fungern oder so. Doch, das passt dann. Ja, hier werden welche runterfallen, ne? Ja, da ist schon einer gefallen. Dann machen wir den weg. Aber wir können ihn gleich schon wieder hinsetzen, ne? Ja, sieht gut aus. Das sollte funktionieren. Gut. Das machen wir dann auch. Hier ist schon wieder eine ganze Ebene weg. Dann würde ich sagen, machen wir die nächste auch schon wieder weg hier. nochmal. Das nochmal. Und die andere Richtung machen wir dann auch. Da können wir euch mit weg bauen. Und das kann auch weg. gut. Die sind beschäftigt. Das ist gut. Da bauen sie Steine. Das ist auch gut. Hier kann eine ganze Reihe hin. Passt dann auch. Irgendwie hapert es an Dingen. Wie heißt das? Rüstung. Da brauchen wir noch unbedingt mehr. Ja. Warte mal den einen, den nehme ich da gerade mal weg. Sonst habe ich dann ein Problem, glaube ich. Okay. Ich glaube es geht, weil der Stein daneben gerade gesetzt worden ist. Wir haben Glück gehabt. Gut. So, da werden weiter Holzglitze gemacht. Hier oben sollten noch weiter Steine gemacht werden. Sieht auch so aus. Da, da und da. Und die nächste Reihe. Wunderbar. Ja, da müsste noch einer hin. Ja, jetzt können wir auch die ganze Reihe machen. So. Dann noch einen Scarf holt da drauf. So, runter können sie da zur Zeit. Ja, hier hinten müsste dann auch zugemacht werden. Aber ich glaube wir sind in Pause. Wir haben wieder einen Angriff hol. Unwichtig. So, da können sie glaube ich dann hoch gehen. Sollte funktionieren, ne? Ja. Oh, da sind die Kerzen weg. So, jetzt ist hier noch eine Etage, ne? Da stellt sie mir jetzt die Frage, wie das mit dem Wasser da drunter ist, ne? Wenn ich jetzt den weg mache, was passiert dann? Ist da Wasser drunter? Ist da Land drunter? Fällt der da rein und der trinkt? Ah, da ist Land drunter. Ich glaube das können wir erstmal so ganz langsam machen. Ja, es ist wohl so, dass der überall Wasser, äh, sag schon, überall Land drunter ist. Ja, es ist überall Land drunter. Es müsste funktionieren, dass sie das abbauen können. Jetzt haben wir da Wasser hängen gemacht. Und wie läuft das nicht über irgendwie in irgendeiner Form? Es verschwindet aber mit der Zeit. Naja, werden wir hinkriegen. Dann da noch abbauen. Ja, das machen wir alle ganz ordentlich, ne? Da oben sind noch ein paar Ecken. Und hier natürlich auch. Das kann auch weg. So, da haben wir den Berg abgetragen. Ist doch schon mal was, oder? Gut. Was macht's hier? Das ist zu. Hier schon weiter. Auch super. Wir müssen erst gerade hier die Steine da machen. Das geht beides auch zu dann. Wenn wir dabei sind, dann gleich hier hoch. Passt. Passt auch. Geht auch. Das müsste auch gehen. Gut. Haben wir das weiter gemacht. Noch die Decke hier ein bisschen bearbeiten. So. Ich glaube, das geht auch. Ja, gut. Okay. Dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. 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 cü, Tschüss. Tschüss. Tens Sp lacks Tsta McCain. Oder für Checks Nh undertere. Vielen Dank.